Kannst du den Anfang machen? Ja, der ist ja gerade noch am Essen. Hallo und herzlich willkommen. Ist einfach meine Begrüßung. Ist mir scheißegal, was der immer sagt. Ich hab's mir nicht gemerkt. Ich freu mich. Ein Paket. Und da ist Spielzeug drin. Oh, das kann man sein. Ich bin im Fernsehen. Mhm. Ja. Spielzeug. Ein Kilo Spielzeug. Ein Paket haben wir da noch. Da sind nochmal vier Kilo Restposten. Let's go. Und jetzt kommen wir zum Spielzeug. Oh Gott. Spielzeug. Das haben wir nur gemacht. Ich hoffe, ihr könnt mich noch ertragen. Ach, das ist so kein Spielzeug. Wow. Tyrannosaurus Wooten Construction Puzzle. Aus Echtholz. Wow. Achtung, nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Wegen Verschlubbache, Kleinteile. Erstickungsgefahr. Bitte verwachen Sie diese Hinweise für eine virtuelle Korrespondenz. So. Können wir dann halt zusammenbauen. Machen wir. Darüber gibt's auch ein Video. Ein Tutorial. Können wir zusammenbauen. So. Nee, dann muss ich erst mal deine Mama um ein Laubmiss fragen. Mach mal ganz auf. Ich nehm das hier sofort auf den Scheiß. Ja, und das ist... Das ist Aliqui. Aliqui. Aliquiiente. Aliquiiente. Oh mein Gott. Es fängt gut an. Da ist nur gutes Zeug drin. Die 30 Euro haben sie jetzt schon gelohnt. So. Achso, das Süßigkeiten-Video, wenn ihr es gesehen habt, das hat 45 Euro gekostet, das Paket. Oh mein Gott. Wow. Endlich. Ausstechform für Plätzchen. Aber in Tannenbaumform. Ist das ein Tannenbaum? Ja. In verschiedenen Größen. Geil. Macht ihr Plätzchen? Ja. Viel Spaß damit. Wow. Also mal so unter uns Gebetsbrüder und Gebetsschwester. Es hat geknallt. Ja, ja, die zünden schon wieder irgendwelche Böller da draußen. Die fallen in den Geburtstag, ich weiß auch nicht. Es wohnt man schon die ganze Zeit da draußen, ich weiß auch nicht. Jedenfalls, äh, ich bin kein großer Weihnachtstyp, muss ich ehrlich zugeben. Ja, es ist Kinderspielzeug. Kein Weihnachtskram. Natürlich ist es Weihnachtskram. Das ist Kinderspielzeug. Also in der Beschreibung statt Kinderspielzeug. Ich weiß eigentlich, wenn man damit anfängt. Vielleicht irgendwelche Sandfiguren oder so. Aber gut. Hast du es gezogen? Nee, ich habe es gezogen. Äh, achso, hä, ja. Guck mal, wie voreilig der ist. Was ist denn das hier? Wow! Wow, das ist ein Kuli? Doch nicht. Alter, was ist das denn? Und das kann man natürlich hier, hä? Deutschland, meine Land. Deutschland, meine Land. Ist das nicht eigentlich ein Zeigestart? Du bist raus, Bitch. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, guck mal, mit Kuli halt. Ja, deswegen, da geht ja diesen Zeigestart. Naja. Also wir haben das Süßigkeiten-Video gerade hinter uns. Also, ja. Ich bin total am ölen. Richtig. Mir ist, mir ist, mir ist auch ein bisschen, mir ist auch ein bisschen schlecht. Ja. Du sollst mal eins austauschen? Zwei. Hallo, ja, ist gut. Ja, das ist cool. Weekend back. Queen, I, I. The night and the weekend feeling. Fallable. Boah, das ist so fachstum. Und so sieht es dann ausgepackt aus. Süß. Ja, da kann das Spielzeug rein. Ja. Oh, wow. Ein Herzkussion. Was ist ein Herzkussion? With Thermo-Gel-Balls. Herzkissen mit Thermo-Gel-Kugeln. Ähm. Ist das ausgelaufen? Ist das ausgelaufen? Nö. Oder? Was ist das denn? Hä? Vielleicht steht es ja hinten drauf, was ist denn so. Heating up in warm water, please. Heat the water to the desired temperature, temperature, temperature. Ach, ich kann. Deutsche Anleitung. Bitte niemals über 60 Grad. Das Wasser von der Wärmequelle nehmen und das Kissen 5 Minuten hineingeben. Für die Entnahme bitte eine Zange benutzen. Kühlen das Kissen wird für 10 bis 30 Minuten in den Kühlschrank gelegt. Ah, ach so. Check ich trotzdem. Das ist halt ein Thermokissen. Wow, wow. Wow. Für iPhone sogar, ne? Mh. Mashallah. Ein für die Hübsche. Guck mal, wer da drauf ist. Für iPhone 6, das ist so ein Hologramm-Ding. Sieht man so auf der Kamera kaum. Yes. Also, ne? In dem vorletzten Ding da, ne? Einen Haufen Schutzfolie und keine Ahnung, oder was? Und jetzt bekommen wir Cases. Mit so einer komischen Frau drauf. Ja. Mensch, wenn das mache ich die Bettina aus. So. Dann nehme ich das. Oh, guck mal. August, der starke Kleber. Er ist auf jeden Fall Spielzeug. Universal Klebschacht. Innerhalb 43 Gramm. Das erinnert mich an Konrad Spezialkleber von Pipi Langstrumpf. Cool. Ja. Ist auf jeden Fall für jedes Heimwerk geeignet. Was ist ein Paket? Wow. Was ist das? Wow. Ich habe einen Pokal gewonnen. Wow. Für was? Herzlichen Glückwunsch. Sie haben gewonnen. Was ist das denn? Ach so, das ist einfach nur so ein Körbchen. Guck mal, ein Deko-Körbchen. Für Brötchen. Für zwei Brötchen, ne? Ja, ist doch schön. Ja. Keine kann nicht mehr in der Ostersachen brauchen. Endlich. Ich verstecke das für dich an der Ostern. Zwei Sachen nicht. Ist egal. Jetzt hast du jetzt zwei, ja, nee. Geh schneller. So. Ach, guck mal. Was ist das denn? Schon wieder Eiswürfel. Cool. Das ist eine Eiswürfel-Silikondings. Ja, ich weiß. Silikondings. Aber man soll es für Schokolade verwenden. Das soll Tafel Schokolade werden. Ja, cool. Steht hier drauf. Ja. Auch wieder aus Amsterdam. Und das zweite, was ich rausgepackt habe, sind Federbälle. Wow. Guck mal, jetzt hast du das weggeschmissen, das eine Teil. Und das hätte man noch nutzen können. Die armen Kinder in Afrika. Nehmen das hier. Ich habe da auch zwei Teile. Da siehst du. Wow. Wow, was ist das denn? Nein, ich will erst das hier. Das ist ein intelligentes Marble-Lucky-Game. Ja, cool. Das brauche ich auf jeden Fall. Das kann ich vom Zahnarzt. Ja, ich auch. Habe ich immer bekommen. Oder vom Koffer. Und ein, was ist das für ein Kabel? Das ist ein LAN-Kabel. Ein LAN-Kabel? Ja. Wow, Leute. Das kann man echt gut gebrauchen noch, ne? Ja. Also schon mal kein Trash. Nein. Wow, Wichstücher. Wow. Kosmetiktücher. 102 lag ich weiß. Endlich habe ich was fürs Auto. Fürs Auto? Ja. Für die Einsamstunde. Wow, ein Schnapsglas. Prost. Das ist ein Kinderspielzeug. Das ist ein Kinderspielzeug. Superkleber, Schnapsglas und irgendwelche Kosmetiktücher und LAN-Kabel. Alles fürs Kind. Wow, wow, wow. Oh mein Gott. Das ist schon krass. Das habe ich mir schon immer gewünscht, ne? Papa, wenn du das siehst, ja. Das habe ich mir schon immer gewünscht und das nie geholt. Aufblasbare Schwimmflügel. Oh mein Gott, das ist ja so großartig. Wow. Wow. Ist keine Lebensrettende Ausrüstung. Oh. In China hergestellt. Cool. Beste Qualität zum besten Preis. Kleidung, clever. Komm. Ich dachte, wer du rickst. Figo. Für die Verletzungen unter uns. Lass das jetzt. Kann man immer gucken. Ja. Kann man. Sollst du gerade die Wasserpressen machen? Komm mal hin, ne? Oh mein Gott, das liebe ich. Nein, ich möchte das machen. Mach das nicht kaputt. Bäh. Mach das mal gegen die Wand. Hallo, du musst das doch echt sicher machen. Mach mal, ist das kaputt schon. Das war teuer. Ja. Ja, das hat 30 Euro gefasst. Ja. Fällt schon auseinander. Ja, das ist so ein Gummi-Teil. Nein, mach das nicht. Geh mein Kopf. Oh mein Gott. So eine Patsche ankennt man, denke ich. Ja. Das darf man nicht an die Wand machen, weil das hinterlässt Abstände. Abstände. Abstände, meinst du. Abstände, ja. Wow. Ja. Warte, geht's. Wow. Ist alles okay? Das war nicht extra. Wow. Endlich kannst du noch weiter dekorieren. Oh mein Gott, wenn das nicht aus meiner Haare geht. Schon vor, ich muss meine Haare abrasieren. Ach ja, ich habe hier so ein. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Was ist das? Oh, das ist eine schöne Idee. Karte mit Rahmen zum Selbstgestalten. Wow. Genau, da kann man eine Grußkarte rein machen und diesen Rahmen kann man selber gestalten. Der ist komplett weiß und den kann man selber gestalten. Ist eine schöne Idee. Ja, machst du schon mal was für dein Anfenskleiner, ne? Die erste Idee. Hochzeitengrüße oder Walddienstag? Ja, schön. Ich will das nächste Abend. Ich will das nächste Abend. Ja, mir will ich immer sagen, ich kann nicht abwarten, weißt du? Erst mir so eine grüne Hand in das Gesicht klatschen und dann geht es immer weiter, weißt du? Das hier. Wow. Wow. Spooky. Das ist einfach Süßigkeit. Süßigkeit und ein Spielzeug. Das ist mir ein Happy Meal. Von Beckys. Beckys. Wow. Oh, eine Spirale. Ja. Und nicht für die Frau. Ein Regenbogen. Oh, das ist Regenbogen. Guck mal. Das ist Regenbogen. Oh, nicht die richtige Farbe. Guck mal. Das ist richtig Regenbogen. Das ist richtig Regenbogen, Leute. Ja. Ist genauso eintönig wie die Gesellschaft. Und die Welt da draußen. Das ist ja voll die Verarsche, ey. Da ist ein Regenbogending drauf. Wow. Können wir die Treppe runterholen lassen. Ja, so eine Treppe. Ja. Haupteinbogen vorne. Oh, wow. So. Das fange ich da jetzt erstmal wieder rein. Ist auf jeden Fall ein schönes Spielzeug. Kann man überall irgendwo auf dem Leben nehmen. Das will ich. Was ist das denn? Partypot? Nein. Da fehlt. Draußen, ja. Das kannst du vielleicht noch einzeln aufnehmen. Kein Feuerwerk, Leute. Kein Feuer. Ja, Partypopper. In Deutschland. Ja, Schwarz-Rot-Gold. Kannst du draußen machen, ja. Das ist schon mal ein Euro wert, ne? Kannst du vielleicht aufnehmen, wenn wir dran schneiden oder keine Ahnung. Fahren wir aufs Feld. Aufs Feld. Oh, es geht weiter mit Deutschland. Oh, was ist das denn? Hand für Scheibenwischer. Nee, ne? Passt endlich. Ja. Endlich. Kann man sich hinten an die Heckscheibenwischer und dann winkt das die ganze Zeit den Autofahrern zu. Ach, du Scheiße. Ich weiß nicht, ob das noch Artikel sind von der... DM. Dieses Jahr bestimmt. Pass auf. Ja. 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 Wow, was ist das denn? Wooden Party Stick, Wood Glitter. Für Eis und Getränke und so. Sehr schön. Wir kommen so langsam zu Ende. Haben wir noch ein Teil? Schau, jetzt kommen die kleinen Teile. Das ist Glitzer. Wow. Out of the blue. Dekoblitzer. Oh Gott, oh Gott. Ist schon leicht angebrochen. Stell ich mal lieber hier hoch, nicht dass es ausläuft. Was ist das? Ah, ne Triller Pfeife. Ja, perfekt. So kann ich dich wieder zurückrufen. Wenn du mir wieder entlaufen bist. Wow, ein Einwegrasierer. Endlich, damit Mutter mal sieht, dass ich meine Kanten gemacht habe. Du kannst dich auch komplett rasieren. Nein, will ich nicht. Kann ich hier einschäumen und dann kann ich hier so schäumen. Ne, ne. Alles weg. Hier, alles weg. Wenn ihr so echt macht, habt ihr 20 Likes. Ja, mach ich mit meinem Faker kommen. Okay, gut. Hast du gezogen? Ich hab gezogen. Ja. Wow. 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 Schon wieder eine Spirale. Ein Smiley-Spirale. Wow. Und das war's. Das war's, Leute. There. This bitch is empty. Wow. Also, ich muss sagen, ich bin echt überrascht von den Kinderspielzeugen hier, ne. Prost nochmal an alle da draußen. Ähm. Ja, es waren einige tolle Artikel dabei, muss man sagen. Hab mich sehr gefreut. Darauf ein Bündo für Sie. Ach. Ähm. Falls euch dieses Video gefallen hat, hinterlasst's.